Seit Mimaki und Craftec die Werkzeugaufnahme ihrer Schneideplotter neu designt haben, gibt es bei uns häufige Supportanfragen, bei denen sich herausstellt, dass der Messerhalter falsch eingesetzt wurde. Achten Sie bitte darauf, dass der Ring des Messerhalters auf der Werkzeugaufnahme aus Metall aufliegt und die Halteklammer über den Kunststoffring des Messerhalters geschoben und mit der Schraube fixiert wird. Vielen Dank.